Wenn unsere Welt in Gefahr ist, ist ein Team bereit loszusausen. Als ein magischer Meteorit in die Abenteuerstadt einschlägt, verleiht er den Welpen der Paw Patrol Superkräfte und verwandelt sie augenblicklich in die mutigen Mighty Pups. Und wen überrascht es jetzt, dass sie fortan auf großer Heldenmission unterwegs sind? Für Sky, die kleinste im Super-Welpen-Team, sind die neuen Kräfte ein wahrgewordener Traum. Doch als Bürgermeister Besserwisser, der Erzrivale der liebenswerten Hundecrew, aus dem Gefängnis ausbricht, wendet sich das Blatt. Er verbündet sich mit der verrückten Wissenschaftlerin Victoria Vance, um die Superkräfte der Paw Patrol zu stehlen. Da das Schicksal der Abenteuerstadt auf dem Spiel steht, müssen die Mighty Pups die Superschurken aufhalten, bevor es zu spät ist. Und Sky muss lernen, dass selbst der kleinste Welpe den größten Unterschied machen kann. Jetzt, wo wir Superhunde sind, kann ich doch nicht einschlafen. Da wird bestimmt müder als du. ... ... ... ... ...